Nach dem Ende seiner Spielerkarriere wird Makoto Hasebe, die Legende von Eintracht, die Rolle des Co-Trainers der U21-Mannschaft von Frankfurt übernehmen. Makoto ist bereits ein lizenzierter Trainer und wird Teil unseres Trainerteams, kündigte Markus Kröschel, der Sportdirektor, auf einer Pressekonferenz am Montag an. Mit seiner Erfahrung und Intelligenz hat Hasebe alle notwendigen Qualitäten für eine erfolgreiche Trainerkarriere. Auf der anderen Seite scheint es, dass Markus Kröschel, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, sich bereits darauf vorbereitet, Gespräche über den Transfer von Pascal Groß von Brighton & Hove Albion aufzunehmen. Groß wird als vielversprechende Verstärkung für das Mittelfeld angesehen und könnte Sebastian Rohde ersetzen. Laut der Zeitung BILD wird Eintracht Frankfurt bereit sein zu verhandeln, wenn Groß Interesse zeigt. Öffentlich hat er bereits seine Bereitschaft signalisiert, nach Deutschland zurückzukehren. In einer Pressekonferenz mit der deutschen Nationalmannschaft sagte Groß, ich war immer offen für die Idee, nach Deutschland zurückzukehren. Als er jedoch speziell nach Eintracht Frankfurt gefragt wurde, war er vorsichtig, ich möchte hier keine Gerüchte diskutieren, denn wir befinden uns inmitten der Europameisterschaft und darauf konzentriere ich mich. Eintracht Frankfurt Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.